Moin moin liebe Zuschauer, heute soll es mal um das Infotainment des MG4 gehen, das werde ich euch heute genauer mal erklären. Würde ich sagen, draußen haben wir nicht viel verloren, gehen wir ins Auto rein und ich erkläre euch das mal ganz genau, was es da zu entdecken gibt. Bevor wir loslegen, nochmal eine kurze Anmerkung, zweiter heutige Sponsor des Videos ist der Shop4Tesla. Da könnt ihr über die Marke 2B4 nachhaltiges Zubehör für beispielsweise euren Tesla kaufen. Falls ihr keinen Tesla fahrt, der Rabattcode, den ich für euch bereithalte, Morsch, der steht in der Videobeschreibung, gilt auch für Shop4EW. Vielen Dank für die nette Unterstützung und jetzt geht es weiter mit dem Video. Wir fangen auch gleich an beim Startscreen. Der Unterschied zu den Luxury- und Comfort-Varianten ist, dass wir kein Navi haben. Das seht ihr hier auf dem Startscreen. Das Einzige, was wir haben, ist Apple CarPlay und Android Auto, was wiederum Navi natürlich ist. Dafür müssen wir aber mein Handy per Kabel anschließen, was ich hier bereithalte darunter. Ansonsten haben wir hier die Grundfunktion in gewissen Kacheln dargestellt. Zum einen die Klimaanlage, die mache ich mal an für den Kameramann, dann freut er sich, weil es schon kühl wird. Wir sterben hierbei. Wie ihr sehen könnt, 34 Grad. Ja, die kann man hier hoch und runter stellen. Wenn ihr da draufklickt auf die Kachel, seht ihr nochmal ein genaueres Menü. Da könnt ihr dann mehrere Einstellungen vornehmen. Einmal für die Füße zur Lüftung, hier für oben diese Grundeinstellungen, die die meisten Autos heutzutage alle haben. Was ich schön finde, ist, dass das Ganze auch nochmal grafisch dargestellt ist. Es ist allerdings nicht interaktiv, wie beispielsweise beim Tesla, wo ich jetzt hier rumwackeln könnte mit dem Finger und dann damit die Lüftung einstellen kann. Das ist leider nicht der Fall, aber immerhin haben sie es schön animiert. Generell seht ihr hier unten diese Haupttasten für Lautstärke, Warnblinker, Scheibenheizung hinten und vorne und die Klimaanlage an und aus. Und über diese Taste, über dieses Haus, komme ich immer wieder zu diesem Hauptmenü zurück. Ihr merkt auch, das geht recht schnell. Ich muss allerdings sagen, dass das Display generell, seitdem ich diese Folie aufgetragen habe, dazu habe ich auch ein Video hochgeladen, seitdem ich die Folie aufgetragen habe, schneller reagiert als vorher. Ja, davor war es so, dass man manchmal draufgedrückt hat und er nicht ganz gut reagiert hat. Mittlerweile, seit der Folie, muss ich eigentlich nur noch einmal draufdrücken und er reagiert direkt. Wenn ich mein Handy angeschlossen hätte, würde jetzt hier ein Symbol von einem Album kommen, beispielsweise für Musik. Können wir auch draufklicken. Dann sehen wir hier einmal USB-Musik. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, denn es gibt hier eine USB-Schnittstelle, wo ich theoretisch einen USB-Stick mit Musik anschließen könnte. Wenn ich jetzt aber ein Mobiltelefon per Bluetooth anschließen würde oder per Kabel, das geht auch, dann würde hier das Lied angezeigt werden, das gerade auf meinem Handy gespielt wird. Daneben finden wir die Ladeeinstellungen. Hier oben seht ihr einmal Wird geladen oder Entladen. Um euch das mit Entladen genauer zu zeigen, klicken wir gleich mal auf die Kachel. Ich kann hier nochmal den Ladeanschluss entsperren bzw. sperren und den Ladevorgang starten bzw. stoppen. Das ist alles etwas schwammig aus dem Englischen übersetzt. Diese Funktionen sind eigentlich eher dazu da, den Ladevorgang zu beenden. Wenn wir genauer draufklicken, finden wir nochmal drei Untermenüs. Das muss ich sagen, nervt mich ein bisschen immer, dass er da rumlädt, gerade wenn ich den Wagen laden möchte. Aber ihr seht, die Ladezeit hält sich da auch in Grenzen. Hier haben wir wie auf meinem 7 Zoll Fahrraddisplay in Prozent und in Kilometer die angezeigte Reichweite und auch den Batterielangstreckenmodus, wie bei den meisten Autos. Zum Beispiel Tesla ist es ja so, dass man generell nicht über 80% laden sollte. Da war MG einfach faul. Den MG4 Standard, der einen LFP-Akku hat, kann man theoretisch auch mal bis 100% laden. Aber man hat wahrscheinlich dieselbe Software aufgespielt wie bei den anderen Varianten, wo diese 80%-Hürde entscheidender ist, um die Batterie zu schonen. Da haben wir auch nochmal Einstellungen. Da finden wir aber nur einen Laden nach Zeitplan. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Das ist eine Sache, die so gut wie niemand nutzt, den ich kenne. Also skippt mir das Ganze. Wenn jetzt hier ein Ladevorgang gestartet wäre, könnte ich hier unten draufdrücken und dann wird der Ladevorgang aufhören. Wenn ich hier auf Entladen klicke, kann ich euch nicht viel zu sagen, weil ich den Adapter noch nicht habe. Dazu wird aber auch nochmal ein Video kommen, wie man den Wagen als Batterie entladen kann. Das heißt, ich kann damit eine Mikrowelle beispielsweise betreiben. Da kann ich auch entscheiden, eigentlich kann ich mit dem Regler hier entscheiden, ich weiß jetzt gerade nicht, warum es nicht geht, kann ich entscheiden, wie viel er auch entladen werden soll maximal. Nicht, dass ich irgendwas anschließe und auf einmal noch 20% im Akku sind. Da könnte ich jetzt einstellen, okay, entlade nur bis 40% beispielsweise. Energieverbrauch ist eine interessante Ansicht. Hier haben wir wie bei Tesla solche Anzeigen über den aktuellen Verbrauch. Die wird auch in Echtzeit aktualisiert, wenn ich jetzt fahren würde. Und darunter das manuelle Vorheizen der Batterie. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass MG auch hier faul war und einfach die Software das Comfort bzw. Luxury übernommen hat. Dieses Fahrzeug, der MG4 Standard, hat nämlich gar keine Batterieheizung. Zumindest meine Variante hat das nicht. Beim neuen bin ich mir gerade unsicher, das müsste ich nachschauen. Aber diese Funktion hier hat eigentlich keinerlei Funktion. Ich kann zwar den Regler drücken, aber auf den Verbrauch hat das keinen Einfluss. Und letztens im Livestream hatten dann mehrere von euch gemeint, der Wagen hat gar keine Batterieheizung. Aber es steht auf jeden Fall hier. Energiefluss sehen wir auch nochmal hier. Wenn ich jetzt fahren würde, würde man sehen, so eine Animation zu den Rädern. Und wenn ich jetzt rekuperieren würde, würde die Energie zurück von den Rädern in die Batterie fließen. Hier sehen wir auch, wie viel ich hier verbraucht habe, nochmal in einem Tortendiagramm. Und wie viel ich rekuperiert habe in Kilowattstunden. Das ist eine ganz interessante Ansicht. Da kann man sehen, ich habe jetzt seit einer Stunde Fahrt vielleicht drei Kilowattstunden rekuperiert. Wie immer können wir über diesen Knopf hier zurückkommen auf das Hauptmenü. Und sehen auch schon, dass wir den Großteil hier abgehandelt haben. Hier oben sehen wir die Temperatur. Die lässt sich meines Wissens, das hat mich gerne vom Gegenteil, aber eigentlich nur hier erkennen in diesem Hauptmenü. Die steht hier oben 34 Grad, genauso wie die Uhrzeit. Sollte jetzt die Klimaanlage an sein, seht ihr hier oben auch eine Veränderung bezüglich der Klimaanlageneinstellung. Wie viel Grad wir im Innenraum haben, in dem Fall 29 Grad eingestellt, sehen wir auch nochmal hier. Das ist nochmal so eine kleine Übersicht, die ich allerdings selten nutze, weil ich immer hier unten hingucke. Nochmal was zur Lichteeinstellung. Und hier die Hauptpunkte, die wir uns allerdings nicht über diese Schnellzugriffe anschauen werden, sondern über die anderen Ansichten. Wenn ich hier drauf klicke, komme ich wieder auf die Klimaanlagenkachel. Haben wir gerade schon beleuchtet. Dasselbe gilt für das Telefon. Da müsste ich jetzt mein Telefon verbinden. Das ist nicht der Fall, weil wir damit gerade filmen. Ich kann hier sogar die Telefonnummer eingeben während der Fahrt. Aber das ist eher interessant, wenn ihr einen Beifahrer habt. Der kann dann für euch das eingeben, wenn ihr anrufen möchtet. Viel interessanter ist dann der Punkt Fahrzeug. Hier haben wir eine Übersicht über die Fahrzeugmodi. Es gibt einen Schneemodus, einen Eco-Modus, den Normalmodus, den Sportmodus und einen Benutzerdefinierten. Diesen Benutzerdefinierten und Adaptiv werde ich nicht beleuchten. Das habe ich gar nicht angelangt, werde ich auch nicht, weil mir die bestehenden sehr gefallen. Schnee genauso wenig im Sommer werde ich den Schneemodus nicht nutzen. Ich habe ihn bisher auch noch nie nutzen müssen. Interessanter sind eher Eco, Normal und Sport. Ich kann euch kurz was sagen. Der Sportmodus braucht nochmal ein Stückchen mehr als die anderen Modinen. Aber ich habe das Gefühl, dass er im Normalmodus ähnlich viel verbraucht, wie der Wagen im Eco-Modus verbrauchen würde. Ihr könnt ja auch nochmal einstellen, wie stark er rekuperiert. Wenn ich jetzt auf niedrig stellen würde, würden wir wenig rekuperieren, eher gleiten. Das mache ich zum Beispiel auf der Autobahn. Und hier in der Stadt ist die dann eher hoch eingestellt bei mir, die Rekuperation. Energiesparmodus gibt es auch, um nochmal Strom zu sparen, aber benutze ich auch selten. Angekommen im MG Pilot Menü sehen wir hier mehrere Einstellungen, die wir nehmen können, um unseren Sporhalterassistenten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das sehen wir hier unten. Bevor ich das Update aufgespielt hatte, habe ich das sehr oft benutzt, weil der Sporhalterassistent wirklich schlecht war. Sehr empfindlich reagiert hat. Und dann musste ich immer hier reingehen, dann kann man ihn hier ausschalten. Wenn man fährt, bekommt man dann meistens sogar noch eine Nachricht da reingesendet, wollen sie ihn wirklich ausschalten. Dann seht ihr auch hier mehrere Modi hin. Aktiviert sein müssen zum Beispiel dieser Geschwindigkeitsregelmodus, muss aktiviert sein, damit ich den Tempomaten anschalten kann. Ja, Assistenzmodus, Abfahrassistent, das sind alles Dinge, die ihr aus anderen Fahrzeugen kennt. Genau wie Alarmbefindlichkeit. Wenn ihr das halt auf hoch anschaltet, dann piept der die ganze Zeit rum, wie das halt bei asiatischen Autos oft der Fall ist. Wie ihr mich kennt, ich habe das natürlich auf niedrig geschaltet. Genauso wie Vibrationen und akustische Warnungen. Diese sind dann aktiv, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Spur verlassen würdet langsam oder auch schneller, ohne zu blinken. Verkehrszeichen, Erkennung, No-Brainer. Ich denke mal, das würde jeder anhaben. Und das ist dann eigentlich auch schon das, was man zum MG-Pilot sagen sollte. Weil mehr gibt es auch nicht zu sagen. Schließlich hat das Fahrzeug keinen Autopilot, wie ich es immer nenne. Also kein autonomes Fahren. Sprich, ich kann das Lenken nicht dem Auto überlassen. Das Einzige, was er macht, ist, mich in der Spur zu halten. Ja, praktisch. Das nennen sie noch praktisch. Irgendwelche Funktionen wie automatische Türverriegelung. Wenn ihr losfahrt, dass der dann sich automatisch abschließt, die Türen. Entriegeln der Tür per Schlüssel. All solche Geschichten. Das ist alles individuell, wie ihr das haben möchtet. Gibt es nicht so viel zu sagen. Ich meine, das sind Funktionen, die es in einem Auto schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt. Damals wahrscheinlich eher noch über Tastenbelegungen. Jetzt mittlerweile hier digital. Lampen ist auch ganz lustig. Zum Beispiel dieses Welcome Light. Klingt schöner, als es ist. Der blinkt einfach nur dreimal mit seinem Blinker. Das könnt ihr auch konfigurieren. Mein Auto finden. So Geschichten, die dann auch was mit der App zu tun haben. Die ich euch auch nochmal in einem separaten Video ausführlich zeigen möchte. Automatisches Fernlicht. War bei mir standardmäßig nicht angeschaltet. Habe ich angemacht. Kann ich euch sagen, funktioniert wirklich sehr gut. Bin ich sehr mit zufrieden. Sogar besser als bei Tesla, in meinen Augen. Das könnt ihr hier auch einschalten. Wenn ihr auf Sicherheit geht, gibt es nur noch zwei Dinge. Einmal Ausschalten. Funktionär im Gang P verfügbar. Hier könnte ich jetzt das Auto ausschalten. Und ich könnte Outhold aktivieren. Das auch deaktiviert wieder ist. Komischerweise, oder was echt eine Kritik an MG ist, werden die gesamten Funktionen, also nicht die gesamten, aber einige Funktionen, wieder resettet, sobald das Auto ausgeschaltet ist. Das heißt, zum Beispiel den Fahrmodus müsst ihr jedes Mal wieder einstellen. Fernlicht zum Beispiel ist aber eine Sache. Das automatische Fernlicht bleibt eingeschaltet. Das merkt sich das Auto. Jetzt gehen wir mal auf den nächsten Punkt, und zwar Video. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar ist es so, dass das Auto, das haben wir schon in einem Review gezeigt, zwei USB-Schnittstellen hat. Ich benutze einen USB-C-Stick dafür, weil es ein USB-C-Anschluss ist. Und da können wir uns tatsächlich während der Ladepausen Filme in dem Auto anschauen. Ihr könnt zwar keinen YouTube nutzen oder so in dem Auto, aber ihr könnt euch Videos von YouTube downloaden. Das zeige ich euch mal gleich. Das reagiert auch sehr schnell. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel hier Videos von Tesla angucken. Klar, ihr habt die Videos wahrscheinlich schon gesehen, weil ihr es auch gedownloadet habt. Aber wenn ihr das Video länger schon nicht mehr gesehen habt, könnt ihr euch somit ziemlich interessant die Ladepausen vertreiben. Das reagiert auch recht schnell. Ihr seht, wie schnell das lädt. Da sind keine Ladezeiten. Könnt ihr auch lauter, leiser machen. Genau, und nachdem ihr das Format wählt, könntet ihr auch in dem Menü hier die Seitenverhältnisse anpassen, dass ihr den ganzen Screen nutzen könnt. Genau, jetzt stecke ich ihn wieder aus. Dann werdet ihr eine Nachricht bekommen. Genau, das ist abgezogen. Das war die Möglichkeit übrigens, die Musik per USB-Stick ins System zu bringen. Einstellungen können wir uns noch anschauen. Das ist auch noch ein ausführlicher Punkt. Hier können wir die Helligkeit des Displays anpassen. Ich habe meinen Mittelwert am besten hier gefunden, wo es am angenehmsten für mich ist. Genau, Automatically Switch Skin. Ich kann Dark, Light oder Auto einstellen. Wenn ich jetzt Light einstelle, dann habt ihr den hellen Modus. Aber der Dark-Modus passt deutlich besser zu dem Auto. Auch was den Außenlack betrifft. Und Auto wäre, dass es der Helligkeit von draußen anpasst. Sprache, all dieses Zeug, Einheiten, denke ich mal nicht so interessant. Dann die Bluetooth-Einstellungen. Hier könnte ich jetzt neue Geräte hinzufügen. Hier sind schon einige sogar noch drin, weil es ein Vorführer war. Da haben sich schon ein paar Leute damals mit ihrem Handy verbunden. Die Toneinstellungen. Werde ich jetzt nichts dran rütteln, mir gefällt das. Wahrscheinlich kann man ja an den Höhen und so weiter was einstellen von der Soundanlage. Das System ist ganz interessant. Hier seht ihr einmal die Software-Version, Mikroprozessor, MCU und so weiter. Ja, weil es gibt ja Software-Updates für das Fahrzeug. Einstellungen wiederherstellen, all diese Dinge, die ihr wahrscheinlich selten nutzt. USB-Speicher haben wir gerade ausgesteckt. Nicht interessant. Bedienungsanleitung auch eher weniger. Und Fahrzeugkopplung werde ich nicht zeigen, weil sonst könnte sich ja jemand von euch mit meinem Fahrzeug koppeln. Da würde dann ein QR-Code erscheinen und somit könnt ihr euch dann in der MG4 oder in der MG-App einloggen. Radio auch übersichtlich. Ihr könnt hier beim Radio mit Herz Favorit einspeichern. Die erscheinen an der rechten Seite dann. Ihr könnt sie auch ganz einfach hier mit der Mülltonne löschen. DAB, OKW, ganz einfach zu erkennen. Genau. Kann man auch nicht so viel zu sagen. Und Energiemanagement haben wir uns bereits gerade angezeigt. Also ihr merkt, es gibt gar nicht so viele Punkte. Ein paar nette Annehmlichkeiten wie diesen Videomodus. Aber über vieles müsst ihr gar nicht hier reingehen, sondern ihr könnt einfach über die Schnellzugriffe hier an der Seite hineingehen. Zum Beispiel über die Einstellungen könnt ihr einfach hier aufs Fahrzeug drücken. Genau. Und das wäre es eigentlich auch schon zum Infotainment-System. Ich nehme mal kurz den Gimbel in die Hand. Ich zeige euch der Vollständigkeit halber noch mein Fahrradisplay, wo ich die matte Display vorher drauf habe. Hier kann man aber eigentlich nichts einstellen. Denn klar, die Fahrerassistenzsysteme, das ist aber in einem separaten Video. Der Rest hier eigentlich lässt sich nicht verändern. Also ihr könnt jetzt hier nicht euch die Navigation oder so anzeigen lassen. Das geht leider noch nicht. Ihr seht hier lediglich statisch die ganzen Angaben. Leider keine Temperatur, das ist ein bisschen blöd. Aber immerhin die Uhrzeit und die Schildererkennung. Ja, das wollte ich auf jeden Fall euch noch zeigen. Und jetzt sehen wir uns draußen nochmal zur Verabschiedung. Das soll es auch schon zum Infotainment des MG4 gewesen sein. Wie ihr seht, ist es recht übersichtlich, hat ein paar kleine Annehmlichkeiten. Auf jeden Fall habe ich schon schlechtere Systeme genutzt. Und auch der Fakt, dass ich kein Navi habe, sondern CarPlay nutzen muss, finde ich absolut in Ordnung für den MG4-Standard. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Routenplanung. Aber ich hoffe, dass Apple in Zukunft oder auch vielleicht Google mit Android die Laderoutenplanung in ihre Navis integrieren wird. Das wird früher oder später kommen. Und dann habe ich auch in diesem Auto Routenplanung. Ja, sonst kann ich nur noch sagen, lasst gerne noch ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das voraussichtlich, ich hoffe, das App-Video sein wird. Dann könnt ihr die perfekt zusammen kombinieren. Und dann seid ihr perfekt auch informiert über Infotainment, Software generell mit der App des MG4. Und ja, jetzt nehmt mich schon die Wespe. Fahrt elektrisch bis dann, Leute. Ciao, ciao. Untertitelung im Auftrag von Funk